Ach ja, wir angeln immer noch. Willkommen zurück. Wir stehen hier und angeln für Petunia, Hornbläse. Ach, da ist der Fisch, der angebissen hat. Wir brauchen fünf geeignete Fische fürs Abendessen, von denen ich jetzt gerade den Unkraut gefangen habe. Die könnten auch mal Unkraut essen, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Die können auch mal Unkraut zum Abendessen. Habe ich kein Problem mit. Würde ich so unterschreiben. Hätte ich jetzt kein... Wäre für mich jetzt kein Problem. So. Ah. Gefangene Abendessenfische. Und angeln auf 7,40. Ein Abendessenfisch. Der ist sogar so Questfisch, dass er nicht mal im Inventar erscheint. Verrückt. Verrückt. Jetzt habe ich schon wieder 19 von diesen Minzen. Wie viele brauche ich? Brauche ich wieder 120 für das beste Pferd? Ich muss gleich echt mal bei den Pferden gucken. Beziehungsweise bei den ganzen anderen Sachen, damit ich mal weiß, worauf ich dann eigentlich spare. Weil in erster Linie geht es mir eigentlich um die Pferde hier. Das finde ich immer ganz geil. Und... Ah, Unkraut. Schon wieder Unkraut. Was ist denn los? Hab ich denn kein Glück heute? Hab ich denn kein Glück heute? Ich glaube, ich habe echt kein Glück heute. Hm. Geht angeln? Geht angeln, geht angeln, geht angeln. Ah, findet die fehlenden Dinge in Duyon. Das ist aber ein Feuerwerk fürs Fest. Von der vielen Feierei. Gasthausliga-Aufgabe. Trinkt einheimische Biere und Weine. Ich glaube, das hier sind alle, die ich noch... Warte mal, Festmünze. Hier sind denn das? Gibt's ja gar nicht mehr. Gibt's doch keiner durch hier bei den ganzen Dingern. Achso, das ist hier Aufgaben in Winterheim. Das mit den Höhlen klauen. Ich guck mal hier, da fehlt mir nur zwei Stück. Da bin ich Frühlings-Schickimicki. Aber das Frühlingsfest hab ich natürlich verpasst. Da muss ich ein Jahr warten, bis ich Frühlings-Schickimicki werde. Das war ja natürlich super schlau von mir. Genau in dem Moment quasi Pause zu machen. Das ist Jubiläum. Jubiläum, Jubiläum. Ah, Schneemann. Uh, euer Titel hat sich geändert. Und ihr seid nun Eskalip, Gesellin der Fischfangkunst. Und habt den Titel Eskalip, Lehrling der Fischfangkunst abgelegt. Uh, krass. Das ist ja übertrieben heftig. Oder so. So, ist das vier von fünf, bitte? Jawohl. Das mit den Eiern ist auch Frühlingsfest gewesen, meine ich. Ne, warte. Ach, das sind ja die. Ach, guck mal, ich bin einfach nur doof. Die ganzen Eier sind ja auch bei dem Fest. Ah, dann kann ich ja noch richtig viel machen hier. Kann ich ja noch richtig was machen. Und, ist das das Letzte gewesen? Jawohl, Ska. So, einmal hier kurz gucken. Mein neuer Titel. Der Fischfangkunst. Super. Seid gegrüßt. So, bringt den Fisch. Hab ich. Vielleicht solltet ihr jetzt so nicht drüber nachdenken, bevor euch bereit ist, der Petunia-Hobby sehr neu zu helfen. Denn es wirkt ganz so. Bringt den nach Hobbingen. Machen wir doch glatt. Kriegen wir hin. Huch. Aber nicht, wenn ich dagegen renne. Zur Hornbläserin. Zur Heidehornbläser. Ich finde ja toll, dass mittlerweile nicht mehr die Taschen da sind, sondern alles in einem Inventar. Es sei denn, man möchte die Taschen haben. Das finde ich sehr löblich. Was ist das hier? Ach, das ist der Hornbläser. Einen Moment. Äh, dass ihr für diesen Tag genug für sie geschuftet habt. Da bin ich, äh, doch auch stark für, dass ich die davon überzeugen kann. Weil, das hab ich glaub ich auch. Ich hab ja wohl genug für die geschuftet. Jetzt muss ich gleich zu Sansons Hof. Und da kann ich dann das mit den Eiern machen. Und ich muss dann nochmal hier, ja, große, kleine Fische kann ich ja erstmal nicht mehr machen. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wie viel Lock-up-Klingzeit hat das. 23 Stunden, ja, jede Menge Spaß. Bauenfest-Münzen und vier Stück mehr. Und das hat auch 10 Stunden. Na, toll. Da ist noch eine Angel-Quest, auf die hab ich gerade keine Lust. Wir haben erstmal genug geangelt, würde ich sagen. Wieviel hab ich jetzt? Ich habe jetzt aktuell 23 von diesen Münzen. Hier ist der komische Stadtausrufer. Äh, tauschen, was gibt's denn hier? Guten Tag! Hooded Cloak of Bounty. Gartenhandschuhe, Gartenstiefel, Kapuzenumhang. Wo sind denn die Pferde? Hühnermaske. Intemmaske, goldene Hühnerstatue, Pilzgarten, goldenes Ei. Pulver, Schreckenspulver. Hier ist das Sommerfest-Ross. Warum Sommerfest? Sommerfest-Pony? Habe ich das nicht? Ja, Sommerfest-Pony. Das habe ich doch. Moment. Das ist Sommerfest-Ross. Ein beim Sommerfest gewonnenes Ross. Ihr könnt es mit uns in meinen Fertigkeitsberufen des Reitieres. Da kriegt er Sommerfest-Pony. Die Schabracke der Reichlichkeit. Und die Caparison of Bounty. Das Ross der Reichlichkeit und das Bauernfest-Ross. Die sind 60. Und eins für 120. 120, die 60. Ja, ich muss mal gucken, welches ich davon nehme. Da fällt mir da bestimmt was ein. So, äh, Sansanshof. Mal gucken, was ich jetzt mit den komischen Hühnereiern hier hinkriege. Kann ich starten? Kann ich starten? Bitte, 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 bitte. Schnell, schnell. Ah. Okay. Okay. Wartet auf den Beginn. Das Eiergerangel. In zwei Minuten. Was? In zwei Minuten? Zwei Minuten muss ich hier noch rumstehen? Scheiße. Der Waldemar. Hallo, Waldemar. Die am besten jetzt weg. Ich wollte vielleicht die Angel auch weg tun, ne? Nur mal so. Ich meine, das ist eigentlich egal, aber. Das Schwert hat, meine Dame, wenigen sind am Rücken. Wie gehen das denn hier nochmal? War das Bauernfest auch? Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss. Was ist das nochmal für ein Spiel? Ähm, mindestens fünf weiße Eier zu erringen. Könnt euch jedoch zusätzliche Münzen verdienen, indem ihr zusätzliche Eier sammelt. Besonders für die mit den seltenen Farben. Also im Endeffekt alles bis auf diese stinkenden war das, ne? Da waren noch irgendwo stinkende Eier und ich muss alle anderen. So, Eier. Ich sehe keine Eier. Wo sind Eier? Da ist ein Ei. Scheiße. Das nehm ich. Da ist ein rotes. Das ist auch meins. Geil. Äh, komm, 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 komm. Ah, verdammt. Das kreie ich nicht. Nehmen wir das. Wichtig sind eigentlich eher die bunten Eier. Ha, er nimmt nicht das Bunte. Sauber. Muah, ha, ha, ha. Selber schuld. Ähm. Wo sind die ollen Dinger? Wo sind die ollen Eier? Ich seh keine Eier mehr. Was ist denn hier los? Die lassen keine Eier mehr fallen. Oh, das nehm ich. Das ist ein festliches Spezialei. Wie lang geht das? Auch meins. Haha. Meins, 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 meins. Ah, sauber. Oh, das war schlecht. Scheiße, ich hab nicht geguckt. Verdammt. Nein, ich hab nicht geguckt. Ah, ist das gut? Weißes Ei. Oh, Gott sei Dank. Ähm. Ah, ich seh nichts mehr. Verdammt. Ich seh nichts mehr. Was? Zehn Sekunden. Das ist eins von den schlechten. Das ist eins von den schlechten. Das kann ich nur sehen. Da komm ich nicht mehr dran. Nein. Ah. Ich hab nicht genug Eier. Verdammt. Ah. Wie ärgerlich. Ist ja ärgerlich. Aber ich habe ein, äh. Hier, guck mal. Da kann man nämlich jetzt hier reingehen. Und hier ist nämlich Eier, Eier. Was habe ich denn hier? Das ist ein, ein rotes Ei. Gelb-rote, orange-rote, ein rotes. Zack. Ein rotes Ei. Wunderbar. Und ein purpurnes Ei. Kann ich noch einmal benutzen? Brauchen wir nicht mehr. So, und dann habe ich noch ein orange-rotes. Das sind, ah, das hatte ich schon mal. Ärgerlich. Und die kann ich behalten, weil dann brauche ich mir im nächsten Mal nur zwei. So, mehr gibt es hier nicht zu tun. Aber hier, das ist schon mal deutlich weniger als vorher. Das ist gut. Habe ich ein bisschen was geschafft. Ein bisschen was abgearbeitet. So, was machen wir zuerst? Grenzer Boffin. Gehen wir mal hier hin. Das haben wir ja auch immer gut hingekriegt. Geht nicht weg. Ich muss mit euch sprechen. So, ich weiß gar nicht, wie wenig ich genommen habe, den. Sammelt grüne Äpfel, sammelt rote Äpfel. Wen hatte ich denn da immer? Zutaten von der Marktliste. Nehmen wir einfach mal das. Da sind, glaube ich, Kohlköpfe drauf, auf dieser Zutatenliste. Äh, was? Allgemeiner Fehler, bitte? Wo ist die Liste? Gescheitert? Was? Warum? Was war los? Annehmen. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das wird ganz anderes. Ähm... Ähm... Wer sind die und wo finde ich die? Ich habe immer die hier gemacht, ne? Ihr da! Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Auffrischen der Vorräte. Nach Balkfurt. Langfurt. Sonsonshof. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Esst Kuchen, um einen Energieschub zu halten. Hebt einen Kopf voller Eier auf. Hä? Kuchen? Essen? Achso, ich muss hier jetzt rennen. Ah ja, ich habe noch 15 Minuten, klar. Schnell! Renn! Hätte man auch einfach die Leute auf ein... auf ihr Pferd lassen können. Hätte den gleichen Effekt gehabt. Aber nein, man muss ja da irgendwie noch was machen. Naja, gut. Es... sei es drum, sei es drum. Ich will mich ja nicht beklagen. Zumindest nicht so richtig. Oh, ist noch so weit. Wie schnell sind eigentlich mir die Folgen um? Kann man da mal einer sagen? Versteht das gar nicht. Ich habe gefühlt irgendwie zwei Minuten gespielt. Und dann stehen wir da dreiviertel Stunden um. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe sowas nicht. Da ist doch irgendwas faul. Irgendwas ist mir sehr urfaul. Das ist bestimmt alles gefakt. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das gar nicht sein kann. Das kann doch überhaupt gar nicht sein. So, hier ist der olle Hof. Und hey! Wir sind der Turbo Hobbit! So, wo sind die Eier? Die waren hier, ne? So, zack! Und auf geht's! Aber davon werdet ihr nicht mehr alles mitkriegen. Denn das wird erst morgen passieren. Bis morgen! Tschüss! Tschüss! Tschüss!